Hey Leute und herzlich willkommen zu dem allerersten Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Easy Zocker und ich werde diesen Kanal leiten mit Luigi33 und Gurkenhorn. Und ich wollte euch heute einfach mal erzählen, was wir auf diesem Kanal alles zu bringen werden. Hauptsächlich werden es wahrscheinlich Relay-Stories sein, ab und zu vielleicht mal Let's Plays. Ähm, oder Reactions oder so. Ähm, ich... Könnt euch das Face? Sorry. Ähm, ja, ich wollte euch nur sagen, dass wir auf diesem Kanal auch streamen werden. Also, ähm, falls ihr abonnieren wollt, dann mal abonnieren, liken nicht vergessen und Glocke aktivieren und Kommentar schreiben. Ah, neuer Reihen. Immer abonnieren und Glocke aktivieren. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis allen. Ciao, ciao. 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 Ciao.